Wahrscheinlich haben sie auch gesehen oder gelesen in der letzten Woche Landauf, Landab. Aber auch in Deutschland und in Österreich gehen anscheinend ganz normale Menschen wie ihr zu Hause auf die Strasse. Trotz Versammlungsverbot singen, tanzend, manchmal aber auch schreien und pöbelt ihre Unzufriedenheit gegenüber den Corona-Massnahmen und der Regierung. Und man fragt sich schon ein bisschen, wer sind denn die selbsternannten Corona-Rebellen überhaupt? Schauen wir doch mal auf ihre Transparenz und Plakate, die sie da vor sich heinträgt. Wir haben zu so einer Versammlung auf dem Bundesplatz nachgebaut und Slogans wirklich eins zu eins, wie wir sie gesehen haben, abgeschrieben. Was steht da so und gibt das Aufschluss über diese Person und was sie genau wollen? Nehmen wir zum Beispiel mal den Herr, der ist spannend, schau mal. Über unsere Köpfe hinweg. Ganz klar einer von den sogenannten Abgehängten. Ja, meinst du? Ich finde, das ist eher einer, der ein bisschen zu spät aufgestanden ist. Einer, der schlichtweg der Abstimmungszettel verschlammte hat oder sich auf dem Weg ins Wahllokal dazumal verlaufen hat. Wir wurden ja von der Regierung gefragt, dazumal 2013, Epidemiesetz, hallo, haben wir übrigens zu 60% angenommen. Also abgehängt, das ist eine faule Ausrede. Eher abgelenkt, wahrscheinlich vom vielen sich informieren. Informieren im Internet natürlich. Weil darum wird auch gefordert, schau mal, was wir hier haben. Hier ist ein so einer. Medien stoppt. Was? Die Panikmache. Mit Medien ist natürlich nicht das Internet gemeint, sondern die sogenannten Mainstream-Medien. Schauen wir uns doch gerade mal an, was so wie in der letzten Woche an Mainstream-Medien im Netz boomt haben. Und Tagi, NZZ oder wenigstens 20 Minuten oder der Blick? Nein. Nein. Alle rückläufig, am meisten Zulauf, haben, Achtung, Glückspost und Annabelle mit seitenweise mainstreamigen News, wie das grossen Partnerhoroskop oder die schicksten Outfits für den Lockdown zu Hause, sowie die WhatsApps auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Weltwoche. Nicht wirklich Mainstream-Medien. Sollte Leute, die von den Mainstream-Medien reden, sehen sich ja selber auch als eine gesunde Alternative. Für Deutschland. Nein, ich will jetzt die Menschen nicht alle in ihre echte Ecke stellen. Wirklich nicht. Dafür ist die Polizei da, die das hoffentlich auch gleich ein bisschen macht. Bitte, Karpi. Zuseiten stehen, bitte rühmen Sie den Platz. Sie sind aber sehr freundliche Polizisten, muss ich sagen. Aber nicht so schnell, nicht so schnell. Schau mal, der Herr hier, den wir haben, sieht sich wahrscheinlich, was ist er? Er sieht es ja wahrscheinlich als einen Skeptiker, der gerne die sogenannten alternativen Medien nutzt. Alternative Medien, da haben wir eine Liste zusammengestellt, was das ist. Das ist der Neckermann-Katalog 2017, die Lichtbildshow in der Mehrzwerghalle Gümligen, die persönliche Erfahrung der Stiefschwester, der Mutter, von meinem Freund, seinem Cousin, Zettel, die man in einem Glückskeks gefunden hat, das Knister und Flüster, das man hört, wenn man Milch über seine Bierchemüse reinlehrt, der klassische Kaffeesatz, YouTube-Videos mit knapp 300 Views und mit einer maximalen Auflösung von 15 Pixel und natürlich Gusti Brösmeli-Kassette, die man zu Hause rückwärts abgespielt hat. So, was haben wir da? Schau mal, das finde ich auch sehr schön. Das ist, glaube ich, dieser hier. Jesus rettet Leben, Bill Gates zerstört Leben. Was ist das für ein Mensch, der sich solche Slogans ausdenkt und unser Gesicht streckt? Was will er? Wer ist das? Ein Rechtsextremer vielleicht? Nein, Kapi, nicht im Rechtsextremen. Ich denke, das ist einfach so ein impfkritischer, fundamentalischer Christ. Das klingt nach einem ganz bösen Cocktail. Ja, ganz grossier Cocktail. Mit einer hässlichen Zitronen drauf und so ein bisschen Streusli. Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, wenn ich das hier lese, ob wirklich im Namen von Bill Gates Menschen weltweit in der Geschichte gestorben sind oder doch eher vielleicht im Namen von Jesus Christus. Klar, wahrscheinlich hat sich schon der eine oder andere erhängt, weil Windows 95 zum 300. Mal abgestürzt ist. Aber das ist ja nichts gegen die unzähligen Frauen, die man allein in der Schweiz verbrannt hat, im Namen von Jesus Christus. Bitte halten Sie sich an den Abstand, regeln Sie den Bundesplatz. Jawohl, warte noch, warte, so viel spannende Transparente. Schau mal, den habe ich auch sehr schön gefunden. Öffnung, Diskussion, Orgien. Die Orgien gehen für mich. Ja, das dritte. Ich finde es sehr sympathisch, ich würde sagen, der darf direkt ins Bundeshaus, würde ich das stellen. Finde ich sehr oft ein klassischer Notgeiler, das ist sehr gut. Aber der Rest bitte zur Seite stehen, zur Seite stehen, zur Seite stehen. Hier haben wir noch einen, schau mal, da. Das ist so ein, ich glaube, das hier ist so ein kreativer. Wie heisst der nächste Virus? Sehr kreativ, ja? Wie heisst der Nachfolger, Karpi, von Covid-19? Covid-20? Komm, ein bisschen origineller. Komm, etwas Knackiges, etwas Gefährliches, ja? Z.B. Danger Waves 95. Lustig, so heisst das neue Album vom DJ Antoine. Was du nicht sagst. Gerade zum nächsten Plakat. Die Frau ging hier ein bisschen durch die Medien bei uns, durch die Mainstream-Medien. Da steht, ich bin Schweizerin, ich zahle Steuern, wo sind meine Bürgerrechte? Wer ist das? Ganz klar, eine streng rechte Patriotin. Nein, wieder falsch, Karpi. Das ist wirklich die Tochter vom Dürrenmatt, die uns auch in Bern demonstriert. Und die kann zurecht sagen, also ich persönlich habe keine Angst, dass mein Vater an Corona sterben muss. Bitte räumen Sie sofort den Platz, oder wir müssen euch zwangsimpfen, äh, einweisen, einweisen. Ja, ist gut, Sie kommen, Karpi, aber komm, noch ein letztes Plakat schauen wir noch an. Schau mal so da. Das ist schön, das gefällt mir gut. Warum waren keine Zionisten im World Trade Center, als Covid-19 ausbrach? Gut, das ist jetzt einfach ein Nazi. Nein, Karpi, das kann man jetzt auch wirklich nicht sehen. Okay, gut, 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 gut. Du hast recht. Es hat auch rechte Arschlöcher unter den Demonstranten gehabt. Karpi, ganz ehrlich, was hast du gedacht, die du die Bilder von diesen Demonstrationen gesehen hast? Ich dachte, wow, das neue Divertimento-Programm sieht aber lustig aus. Was Komiker alles machen, wenn sie nicht mehr auftreten dürfen. Weisst du, welchen ich noch lustig fand? Schau mal, den habe ich sehr lustig gefunden. Und von diesen Typen hat es einen ganzen Haufen. Aber plötzlich schaust du dich so an, merkst du dann, der mit dem Höschen auf dem Kopf ist ja mein Onkel Fritz. Und da hört der Spass natürlich auf, wenn man plötzlich einen Verschwörungs-Enthusiasten bei sich selber in der Familie hat. Das haben wir jetzt vom Lockdown. Da lässt man das grosse für acht Wochen Lige mit YouTube und schon schaut sich statt Schweiz Aktuell nur noch Russia Today. Deswegen hat diese Woche eine Gruppe internationaler Experten, unter Ihnen unser Virologe der Herzen Christian Drosten, nicht nur von einer Pandemie gewarnt, sondern auch von einer Infodemie. Denn das Einzige, was sich noch schneller als der Virus verbreitet, sind Falschmeldungen über das Virus. Leider haben sowohl Pandemie- wie auch Infodemie die gleiche Risikogruppe, alte, vorbelastete Leute, die sich von der Gesellschaft in den Stich gelassen fühlen. Und pure Fakten bringen meistens wenig, müssen Sie wissen. Denn Verschwörungs- Enthusiasten denken vor allem da. Und da. Und sie denken vor allem da. Also nehmen Sie die Ängste vom grosse Onkel und Guckusinen ernst, die vielleicht Verschwörungs- Enthusiasten sind, und statt Sie mit wissenschaftlicher Studie und beleidigten Faktenvollstexten stellen Ihnen Fragen, hören Sie zu und ziehen Sie dann ganz langsam und verständnisvoll den Stecker ziehen. Auf Wiedersehen.